Morgen Leute und herzlich willkommen zu eurer Ausblick-Folge hier bei uns auf dem Seacross-Kanal. Es gibt Neuigkeiten von World of Warships und zwar Balance-Änderungen mal wieder. Und zwar betrifft das Vorschussbaum-Schiffe, aber auch Premium-Schiffe, die im Spiel sind. Und diese Änderungen könnten unter Umständen mit dem Update 12.11, welche dann im Dezember auf die Lifeserver kommt, aufgespielt werden. Welche Schiffe sind betroffen? Wir möchten euch das ganz kurz vorstellen. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Also, das erste Schlachtschiff, was betroffen ist, ist die Renown. Auf der Stufe 6 ein Forschungsbaum-Schlachtschiff oder ein Schlachtkreuzer. Inzwischen knapp über ein Jahr, anderthalb Jahre ungefähr im Spiel. Und ja, hier wird die Nachleidezeit von 25 Sekunden standardmäßig eben auf 23,5 Sekunden reduziert. Also ein ganz klarer Buff. Auch bei der Feuerreichweite wird ein bisschen was getan. Wir haben jetzt hier ja in dem A-Modul 15,4 Kilometer Reichweite. In Zukunft sind es dann 15,8. Und auch bei dem B-Modul, also bei der erweiterten Feuerleitanlage, da stehen bei mir jetzt 16,9 Kilometer drin. Das sind in Zukunft 17,4 Kilometer. Also die Renown, die wird einfach ein paar mehr Möglichkeiten erhalten. Denke, tut dem Schiff ganz gut. Das nächste Schiff, was sich ändert, das ist die Yudashi, ein japanischer Zerstörer auf der Stufe 7. Hier die Besonderheit ist eben, dass die Torpedos eine sehr hohe Reichweite haben mit 15 Kilometer. Im Contra hatten sie allerdings, oder hatte das Schiff allerdings eine erhöhte Erkennbarkeit zu Wasser. Aber eben auch eine erhöhte Erkennbarkeit der Torpedos auf 1,9 Kilometer waren die nämlich sichtbar. Standardgeschwindigkeit beträgt 57 Knoten von diesen Torpedos. Das heißt, wir lassen dem Gegner eine Reaktionszeit von über 12 Sekunden. 12,4 Sekunden waren das, glaube ich, ungefähr. Und jetzt wird hier die Torpedogeschwindigkeit erhöht, nämlich von standardmäßig 57 Knoten auf dann jetzt 64 Knoten. In meinem Bild werden es dann sogar 67 Knoten so roundabout. Und das reduziert die Reaktionszeit, die wir dem Gegner lassen, wenn der Torpedo aufgeht, und zwar von eben diesen 12,4 Sekunden runter auf circa 11 Sekunden ungefähr. Ist natürlich jetzt immer noch nicht die Mega-Welt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Hydro dabei, wo andere Schiffe diese Torpedos eben aufmachen können, oder sie sie auch sogar selber spotten können und dann die eigenen Schiffe in Anführungsstrichen warnen. Nichtsdestotrotz, ein ganz kleiner, schmaler Buff ist es dann trotzdem für die Yudashi aus meiner Sicht. Könnt ihr euch an das Schiff noch daran erinnern? Die Marlboro auf der Stufe 9, ein Werftschiff für die Briten, ein weicher britischer Rumpf mit 16 Granaten, 356 Millimeter. Und ja, man hat jetzt schon eher HE geschossen und das wird sich auch bei diesem Schiff nicht weiter verändern. Aber es wird ein bisschen, ja, eindrucksvoller, könnte man sagen. Denn der Alpha-Damage für diese Granaten wird verändert. Wir haben jetzt 4.800 Alpha-Damage pro Granate von 16 Granaten eben. In Zukunft sind es 5.500. Also der Schaden geht nach oben und auch die Brandwahrscheinlichkeit geht nach oben. Standardmäßig haben wir hier 24%. Bei mir ist es geskillt, deswegen ist es hier 26. Und in Zukunft ist das Basiswert dann 28%. Und wenn wir dann skillen, kommen wir also im besten Fall sogar bis auf 31% hoch hier bei der Marlboro. Das wird auf jeden Fall dieser Schiff ein bisschen aus der Nische ein kleines bisschen vorrücken. Wie weit? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Änderungen für die Marlboro haltet. Und ob das jetzt für euch ein Schiff ist, wo ihr eher sagt, yo, probiere ich mal aus oder führe sie mal wieder aus. Oder habt ihr das Schiff überhaupt nicht damals in der Werft gebaut? Wie gesagt, freue mich auf eure Kommentare unter diesem Video. Das nächste Schiff, was eine Veränderung erhält, ist die Adriatico auf der Stufe 9, ein italienischer Zerstörer. Und ja, ich bin jetzt schon durch diesen Forschungsbaum, bin schon bei T10 gelandet. Und jetzt wird eben dieses Schiff angepasst. Ja, was ist das Besondere hier? Wir haben eine kurze Hauptgeschützreichweite. Bei mir sind jetzt 8,6 Kilometer mit der Standardfeuerleitanlage. Und die Erkennbarkeit ist trotzdem einigermaßen hoch, auch wenn ich jetzt hier kein Kapitän dabei habe. Wir verschießen hier aber auch SAP. Und am Ende ist jetzt hier die Ladezeit 5,4 Sekunden gewesen, was relativ lang ist für einen Zerstörer auf der Stufe 9. Und das wird jetzt reduziert, nämlich von 5,4 auf die 5 Sekunden runter. Und wenn wir dann diesen Zerstörer ein bisschen buffen bei der Hauptbatterie, was durchaus eine vernünftige Skillung ist, In dem Fall kommen wir dann sogar auf 4,5 Sekunden Nachleitzeit, was uns im direkten Zweikampf mit anderen Zerstörern auf jeden Fall helfen wird. Und wir haben sogar nochmal eine Zerstörer, die in Wargaming hier verändern möchte. Die Alvaro da Bazan hat ja durchaus auch italienische Anleihen bei dem T10-Zerstörer der Italiener genommen. Aber hier natürlich andere Eigenschaften. Einmal fällt auf, dass wir eine relativ hohe Reichweite haben. Dazu haben wir eine Stoßfeuerfunktion und wir verschießen AP und HE-Granaten. Gerade die HE-Granate ist eben das Mittel der Wahl hier sehr oft, weil wir eben eine sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit pro Granate haben und davon 8 Granaten rausfeuern können, selber Nebel dabei haben, so eine Sachen. Und die Alvaro da Bazan wird verbessert, nämlich von der Standardnachleitzeit 6,1 Sekunden geht das runter auf 5,5 Sekunden. Dementsprechend sollten wir auch bei der Hauptbatterienachleitzeit in meinem Bild dann bei 5 oder leicht unter 5 Sekunden landen. Da wird also DPM-mäßig ein bisschen was getan. Und auch der Burstfeuermodus, also der Stoßfeuermodus, da haben wir standardmäßig 24 Sekunden Ladezeit. Das werden in Zukunft standardmäßig 21 sein und dementsprechend sind wir dann da auch schneller wieder parat, um diesen benutzen zu können. Also ich sage auf jeden Fall mal, eine sinnvolle Änderung für den Alvaro de Bazan-Kapitän. Für alle, die davon abgefarmt werden, naja, vielleicht nicht ganz so angenehm, um es mal so auszudrücken. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wer kann sich noch an diesen Kreuzer dran erinnern? Die Mon-Maus. Die wurde am 01.09.2022 vorgestellt. Damals wurden britische U-Boote unter anderem angekündigt. Und dieses Schiff ist immer noch ein Test-Schiff. Und wir haben lange nichts davon gehört. Mich inklusive. Ja, jetzt ändert Wargaming hier die Stats des Schiffes und die Eigenschaften des Schiffes relativ stark. 59.400 Trefferpunkte sind hier so vorgesehen. 25 Millimeter Panzerung, 30 Sekunden Feuerdauer. Wir haben 3x4 Geschütze, 234 Millimeter an Bord. Standardmäßig waren 16,9 Kilometer. Das ändert sich nämlich gleich. HE-AP sollte ursprünglich dabei sein. Und, naja, Torpedowerfer und solche ganzen Geschichten. Erkennbarkeit nur, dass wir das mal so ein bisschen einsortieren. 14,1 Kilometer zu Wasser, 9,3 Kilometer zu Luft, 32 Knoten und 840 Meter Wendekreisradius sowie 12,6 Sekunden Ruderstellzeit. Soll jetzt mal nur so eine ganz grobe Umrahmung sein, dass ihr ungefähr wisst, was euch bei diesem Kreuzer erwartet. Und das wird jetzt geändert. Wir haben hier ursprünglich 18,5 Sekunden Ladezeit gehabt. Das wird jetzt geändert auf 15,5 Sekunden. Die Feuerreichweite wird von 16,9 auf 19,8 Kilometer erweitert. Also quasi drei Kilometer oben raufgepackt. Es wird aber keine HE-Granaten mehr geben. Also das heißt, wir können jetzt keine Brände mehr mit den Hauptgeschützen legen. Und die AP-Parameter, die werden überarbeitet. Denn der Alpha-Damage bei der AP wird auf 6200 pro Granate erhöht. Wir haben, wie gesagt, acht Rohre nach vorne. Wir müssen nicht Breitseite zeigen, um mit diesem Schiff sehr viel Granaten zu verschießen. Die Scharfschaltschwelle, also die Zündschwelle, wo der Zündverzögerer dann auslöst, wird von 39 auf 25 Millimeter reduziert. Vorher waren es eben komplette Standard-AP-Granaten. Jetzt wären es britische offensichtlich. Verbesserter Abprallwinkel, die sich so anfühlen sollen wie die hochstufigen britischen Zerstörer. Dann gibt es eine verbesserte AP-Penetration, die deutlich verbessert worden sein soll. Und eine sehr flache Schussballistik. Also ein relativ direkter Schuss, den sich Wargaming hier vorstellt. Außerdem war hier das Deck mit 40 Millimeter Panzerung vorgesehen. Jetzt soll es mit 30 Millimeter in den Test gehen. Und auch bei der Reparaturmannschaft wird ein bisschen was verändert. War vorher nämlich ein Superheal. So sagt man ja bei uns. Jetzt wird es nur noch eine langweilige Standard-Reparaturmannschaft. 0,5 Prozentpunkte pro Sekunde werden hier dann wieder hergestellt im Maximal. 28 Sekunden sind aktiv. Ist das Ganze aktiv. Drei Aufladungen sollen wir dann standardmäßig mit an Bord haben. Und so soll dieses Schiff dann in den Testbereich reingehen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob ich da überhaupt mal einen Blick drauf werfen kann, weil ich es bis jetzt selbst noch nie in den Testschiffhafen als Schiff hatte. Okay, das soll es gewesen sein von unserem Ausblick zu den Schiffsänderungen, die wir im Dezember-Update erwarten können. Ihr habt euch gefallen und weitergeholfen. Dann lasst mir gerne schon mal kostenlos einen Daumen nach oben da. Wenn euch weitere Schiffe in World of Warships interessieren und wie sie sich entwickeln, dann schaut mal in eins der Videos, die ich euch jetzt rechts gerade verlinke, rein. Nämlich die Rhode Island, ein neues T-10 amerikanisches Schlagschiff mit 356 Millimeter Kaliber und besonderen Eigenschaften, sollte man unbedingt mal einen Blick drauf werfen. In dem Sinne, herzlichen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Sigrods Team, euer Andi. Ciao, ciao.